Liebe ich dir wirklich. Leider habe ich nichts eingestellt wo Lichter kommen oder was weiß ich für jeden weiteren Follower. Aber ich hoffe das wird kein Problem sein. Warte! Ein Schlag braucht er. Ein R1 Schlag. Wie eklig wir jetzt gerade gespielt haben Bro. Ich mach den. Ich war schnell gesprungen. Warte lass mich. Jetzt bin ich dran. Nein ich komm nicht hin. Alter irgendwie schminkt mein Sound gerade ein bisschen. Was! 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 Warte! Was! Was ist das? Er verliert jedes Blocken Schau doch, was du immer sagst, das ist dein Packen Er holt mich, er will mich Lässt los Nice Wir clearen ganz kurz 10 Ja klar, da hast du Rob Einfach Franchise auf Rage schicken, und dann lade ich dich ein Wir haben ja eh noch zwei Plätze, von daher, warum nicht? Jetzt hat mein nächster Angriff 30% Damage Durch die Fehler Ja, aber diesen Skill will ich auch Hast du den schon freigeschaltet? Ja Oh fuck Kein Ding, Bro Er kriegt jetzt mehr Damage wegen mir Hahahaha Ein Ur Ein richtiger Boss Scheiße Okay, aber der nächste, warte, warte, lass mich Lass mich Ich hab ihm Blutschaden schafft Ich hab ihm Blutschaden schafft Warte, lass mich Warte, lass mich Warte, lass mich Okay, er will nicht Was? 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 Lass mich übernemen, Bro, lass mich überneben! Ja, hilf mir! Nimm ihn, Alter! Nimm ihn! Nimm ihn Doggyster! Ja man, genau, so. Ich hab die F.A. gesendet, okay, Bro. Gleich nach dem Spiel, okay? Wir spielen so dreckig, Bro, ich steu mir spielen, wir spielen so ekelhaft, Alter. Das feindliche Team bricht ein. Oh, Bro, die sind jetzt zweit hier. Oh, Alter, zu drü... zu drü... was wollt ihr? Das feindliche Team bricht ein. Was ist gepariert? Ich hab verheiriert. Egal, schau's drauf. Was macht ihr, ihr P.A. Ja, also... Erste Chat, Nachricht des Zuschauers, Hoso. Okay, ich bin Hanzo. Das ist der Seite kommt Hoso, oder?